Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 54 von Simotrans Kooperativ. Ja, da sind wir wieder dran, ne? Letztes Mal habe ich weitergespielt, habe so ein paar Züge noch umgeändert und der Michael hatte den Speicherstand, der ja unter dem Video verlinkt war, genutzt und hat dann gleich was festgestellt, dass sowas nicht passte. Und zwar... Irgendwas bei Hamm. Ich guck mal gerade, das ist hier um die Ecke. Da staut sich schon mal bei mir nichts, aber es war der Kohlezug, der irgendwo anhielt dann noch. Wo ist er? Da ist er. Und der Fahrplan war... Freier Wegpunkt, freier Wegpunkt. Dortmund Rathaus. Da musste er ja nicht hin, ne? Hamm Kohlekraftwerk, freier Wegpunkt. Die waren richtig, das war aber nicht vonnöten. Können wir löschen. Weil da muss er ja nicht hin. So. Und jetzt doof, weil ich das in der Linienverwaltung machen sollte. Jetzt steht da was ganz anderes. Gucken wir doch mal an. Der fährt ja vom Hinweg Rathaus, vom Rückweg Rathaus. Ne, das ist hier aber auch eine falsche Linie, ne? So. Jetzt passt es aber Hamm. Dortmund Rathaus, da ist es drin. Das heißt, den lassen wir erstmal weiter tuckern. Und nehmen das in der Linie nochmal auf. Und zwar da, Linie ändern. Löschen. Rathaus raus. Jetzt sollte das passen. Fahrplan. Passt. Okay. Jetzt wird er da wieder lang. Hier haben wir einen passenden Zug am Laufen. So, was war hier noch? Da ist noch einer. Gucken wir mal gerade rein. Hamm, Kohlekraftwerke, Betriebslinie ist passend. Sollte also auch funktionieren. Einen Blick in die Finanzen hat der Michael noch gemacht. Gucken wir doch da mal rein. Betriebsgewinn liegt unten am Boden. Ist klar. Hier ist irgendwann der Schnitt gewesen. Weiß nicht, ob das der Schnitt gleichzeitig war, wo wir das neue Pack 192 Comic installiert haben. Ich weiß es also nicht. So, und, äh, ja, Michael hatte schon so eine Problematik hier. Und da war es. Äh, zwischenzeitlich hat sich bei Hamm KKW eine Blockade gebildet. Ich hoffe, dass es ausreicht, das Signal am besten, den Ende des nördlichen Bahnsteigs wegzunehmen. Das wäre hier dieses hier. Ja, ich nehme es jetzt mal weg. Und hoffe mit dem Michael, dass das dann passt. Ich habe noch keine Blockade, oder? Ist die Blockade hier hinter. Da kommen ein paar Kohlezüge aus den ganzen. Die hat er aber auch geändert. Äh, ein paar Adler unterwegs. Alle Züge sind 80 Tonnen. Und hat er gegen zwei Züge ausgewechselt. Aber ich glaube, wir haben hier auf der Strecke... Kein Lokschuppen, oder doch? Sollen wir gerade mal gucken. Wenn, dann wäre er hier, ne? Ne, bringt es also auch nicht. Dann können wir gleich direkt nach Dortmund nehmen und da die zwei Züge einsetzen. So, da ist die Kohlezüge. Äh, da waren wir da ja schon richtig, ne? So. Äh, glücklicherweise nehmen wir die Lupe und nicht das X. Sonst hätten wir nämlich jetzt gerade, ne? Äh, so. Zuladung waren 120 Tonnen. Äh, sehe ich die Zuladung jetzt hier auch? Ja, da oben rechts, ne? Äh, ne, doch nicht, oder? 82 Tonnen, ist es die Zuladung? Nö. Ich glaube, das ist es, ne? Kann das sein? Oder das? Dann ist es das wohl. Gut, okay, das werden wohl die Tonnagen hier sein. Okay, haben wir zwei Stück sozusagen. Das heißt, wir müssen hier noch die Zeche, Osnabrück, Recklingshau und Münster, Osnabrück, Zeche. Das ist sie, glaube ich, nicht. Äh. Osnabrück, Zeche, Hamm. Das ist die Strecke. Und dann kopieren wir das Ganze und starten das Ganze. Jetzt müssen wir da einmal aufnehmen und reingucken. Und gehen auf die Linie natürlich, wo es hier ist. Äh, ich nehme jetzt mal, äh, ja komm, schnell noch zur Osnabrücker Zeche hin. Ne. Da ist einer. Zum Depot. Oder, warte mal, das können wir auch so lösen. Ausmustern. Äh. Ausmustern. Und. Details. Rausmustern. Details. Ausmustern. Und ich glaube, das war's dann, ne. Da oben kommt gerade ein Kohlezug an. Jetzt stellt sich nur die Frage, was wartet er hier? Auf den und dass er drehen kann. Deswegen war wahrscheinlich das Signal eben hier. Damit der Bahn, das Bahngleis nur in die eine Richtung benutzt wird, ne. So, der ist jetzt weg, dann kann der nämlich drehen und fährt wahrscheinlich da rein. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ist. Nö. Doch. Da fährt er los. Gut, okay. Hier haben wir einen. Äh, super. Ich glaube, da ist schon mal schief gelaufen. Nein. Osnabrück Zeche. Sollte der hinfahren. Der ist gerade da unterwegs. Und der zweite fährt gerade hier ein. Der kriegt natürlich auch... ...den Fahrplan gleich so gesetzt, dass er erstmal zur Zeche fährt, ne. So, die beiden sind das. Und der kann zu. Gut. Zweite Fahrt hat der Michael geschrieben, sind die gleichen schon im Plus geblieben. Äh, auf der Linie Kaiserslautern, Speyer, Mannheim ist auch noch... ...ein langer Zug unterwegs. Den werden wir dann auch noch in Angriff nehmen. Ich gehe mal ein bisschen raus und fahre dann da runter. Obwohl das auch blöd ist, ne. Es ist einfacher... ...hier so hinzugehen. So. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage... ...nicht laden. Und wo hat er sein Depot? Wahrscheinlich in Stuttgart, ne. Ist es irgendwo Ausweichmöglichkeiten, wenn der da runterfährt? Ja, hier nur. Ja, aber... ...irgendwo da wird es gehen, oder? So. Eine Lok. Und... ...ah, da kommen Wagen wieder rein, ne. Mach ich trotzdem. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ne, war nur sechs und dann den... ...so, dann starten wir den, oder? Ne, noch nicht so ganz, weil wir müssen den erstmal setzen. ...kaiserslautern, K.L. Der war das und... ...ne, der war das nicht. Der da drunter war es. So, starten. So, der ist aktuell dann der neue. Und das ist der alte, den müssen wir beobachten, damit wir den gleich abschießen, äh, zurückschicken. So, wo musste der denn hin? Nach Mannheim. Der hat nur für Mannheim geladen, das heißt, es müsste auch sofort sein. Dann können wir den ausmustern. Ist vielleicht die einzigste, einfache Alternative, ne? Zupp, ausgemustert. So, der fährt ja schon wieder, dann ist alles gut. Gut. Der Michael hat ja noch geschrieben, dass er, ob er das so richtig interpretiert, dass das Kohlekraftwerk 1300 Einheiten Strom produziert. 50% ist die Produktionsmenge, entspricht also einer Tonne Kohle gleich zwei Energieeinheiten. Somit verbraucht das Kraftwerk dann etwas mehr als 650 Tonnen. Mit den beiden Linien, die wir da nach Osnabrück gesetzt haben, würden wir dann 570 Tonnen nehmen. Mit den beiden Linien, also die Osnabrücker und die Dortmunder Kohlezulieferung meint, dann würden wir 570 Tonnen zuliefern. Okay, das kann sein. Ich habe es nicht nachgeguckt. Aber ich glaube auch, dass es so ist. Vielleicht gibt es da jemanden, der sich da auskennt und das auch bestätigen könnte. Das wäre schön, wenn er das mal in die Kommentare schreiben würde. So. Linie Berlin hat er noch. Wir gehen wieder über die Karte. Ist einfacher. Berlin Cottbus war auch noch. Ach nee, das ist Dresden. Cottbus ist hier. Müssen wir mal gerade gucken. Da muss irgendwo noch ein Zug verkehren. Auf der Brücke ist er nicht. Da fährt er. Okay. Das ist die Linie Berlin Cottbus Dresden. Da müssen wir gerade gucken, wo hier ein Depot ist. Hier sehe ich jetzt keins. Aber ich glaube, in Potsdam war das. Kann das sein, dass da ein Depot war? Ich glaube, das wäre, wenn. Berlin ist da. Bei einem Potsdam ein Depot, ja. Okay. Das bedeutet eine Lok. Und Waggons hinter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, passt's. Und die Route hieß Berlin Cottbus Dresden. Und starten. Das kann zu. Das kann auf. Und Fahrplan ist, äh... Ja, Berlin passt schon. Gut. Und der hier. Ausmustern werden alle. Ach so, der Michael, ich sehe gerade, hat auf die Osnabrücker Zeche Kuhln hier noch einen dritten Zug mitgenommen. Okay, dann müssen wir doch nochmal nach Dortmund. Ich habe da natürlich nur zwei da drauf gesetzt, ne. Entschuldigung. Und da ist das Kraftwerk. Und dann müssen wir da noch einen nachholen. Und zwar hier raus. Eine Lok. Und Waggons. Fast. Die Strecke war... Dortmund-Zeche, Dortmund-Zeche. Nein, Osnabrück-Zeche. Zeche, Osnabrück. Oder wie hieß das? Und starten. Das können wir schließen. Den machen wir auf und gucken gleich, ob man nach Osnabrück fährt. Was er ja nicht tut. Und wunderbar. So, der da oben fällt gleich raus. So, jetzt wollte ich gerade nochmal, ne, nicht in die Linien gucken, das war verkehrt, sondern in die Listen gucken. Ne, da wollte ich auch nicht reingucken, ich wollte die Fahrzeuge angucken. So, gewinnen. Es gibt also Züge, die richtig Geld fahren und es gibt Züge, die fahren nur miese. Und die haben wir hier. Oh, da sind auch noch ganz viele lange Beine. Ja, die müssen wir alle noch umändern. Die tuckern da jetzt alle so langsam lang, ne? Wo ist denn jetzt hier? 5, 16 kmh. Hallo? Warum fahren die jetzt mal 50? Die fuhren doch letztens erst 30. Haben wir was falsch verstanden? War was am Spielstand nicht in Ordnung? Oh no, ne? Ja, das ist jetzt komisch. Wir hatten doch nur 30 kmh, oder? Das war doch Maximalgeschwindigkeit hier von der Lok, oder? Warte mal, in den Details kann ich das sehen. Beziehungsweise nicht von der Lok, sondern von den Anhängern. Die Lok fuhr, glaube ich, etwas schneller, ne? Kann ich das hier irgendwo sehen? Ach, da ist eine B6 auch noch. Ne, da steht jetzt nichts. Dann mal, bitte schön, da schließen. Da rein, da sehe ich es auf jeden Fall. Die fährt 50 kmh. Und der Anhänger auch. Okay, also, ne? Das ist natürlich super, ne? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hat das irgendwo anders mit zu tun? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt mal so. Komisch. Hm. Der fährt hier noch was ein. Ich mache mal ein bisschen schneller gerade, oder? Der fährt nur nach Dresden, dann ist er weg. Den will ich jetzt erstmal weg haben. 1,4 Millionen. Tendenz fallend. Dann lasse ich doch nicht schneller laufen, ha? Okay, 2,1 Millionen. Miese. Gesamtkapital, 20 Millionen. Was für ein Jahr haben wir? 1881. Oh, oh. Da müssen wir nur noch hart arbeiten. Und unsere Verluste, hat der Michael ja gesagt, dass ich hier die Straße einzeln machen kann. Und denken Sie, lassen wir monatemäßig gerade gehen? Ja. Alles ist klar. Da haben wir Straße. Straße sind immer verlustreich. Zwicky ist auch verlustreich. Ist alles verlustreich. Super. Hm. Ja, Instandhaltungskosten sind zu hoch, ne? Sehe schon, wir hätten eigentlich schon hier solche Geschichten wie hier dreigleisig, hätte ich gar nicht bauen sollen, ne? Und zweigleisig wirklich nur als Ausweiche, dann wären wir vielleicht besser dabei weggekommen als wie ganze Strecken, ne? Da müssen wir vorsichtig sein in Zukunft. Gut. Die beiden haben hier 120 Tonnen. Ist der andere schon weiter vorne? Ja. Äh. Wann kommt der denn mal an? Wo ist denn? Ah, da ist Dresden, der ist gleich da und gleich weg. Okay. Komm, das machen wir jetzt mal schneller. Und. Verschwunden. Passt. Das ist der Nachfolger? Nein, das ist auch aus einer Bockzeige. Achso, da hatten wir Dreier gemacht, dann ist das der Erste wahrscheinlich, oder? Das ist der Erste, der Kohle liefert. Äh, liefert nicht. Ja, doch liefern tut er so auch. Gut. Das war der Zug, den wir auch ausgemustert haben. Haben wir da... Ne, das ist schon, glaubt, der Neue, ne? Der andere war ja dann weg. Da fährt noch ein kleiner. Kaiserslautern, Mainzer, Brücken. Da fährt schön plus ein. Ist voll geladen. Haha, da müsste man vielleicht den Zug austauschen, ne? Aber ich denke mal, das sind so Sachen, die machen wir dann in der nächsten Folge. Äh. Wo ist jetzt der, der mit Kohle fährt? Das ist dieser. Den verfolge ich jetzt mal gerade noch schnell. Bis er beim Kraftwerk ist. So, jetzt kriegt er hier schon mal Plus. Eben war noch die Anfahrt natürlich dabei, ne? Das sind aber 4000 Plus. Ich gehe mal davon aus, dass das dann klappt. Ich lasse ihn jetzt trotzdem mal rasen. Rückfahrt war noch nicht mal auf Rückfahrt Minus, sondern auf der Hinfahrt schon gleich Plus. Also Minus erst und dann, ja, das sieht doch richtig gut aus, oder? Die beiden da unten haben jetzt 9000 Plus gemacht und der andere lädt gerade ab und hat das dann auch. Das sieht gut aus. Und, ah, gleich kommt der andere an, dann ist die Fuhre auch im Plus. Ja, 9000 Plus. Da sollte, glaube ich, gar kein Minus mehr passieren dann jetzt, oder? Gucken wir mal. Komm schon, Pause weg. 6.000 und auf dem Rückweg. Geht er nicht mehr ins Fote, oder? 5.000. So, stoppt nicht so schnell. Wir sind bei 3500 ungefähr. Macht der Plus jetzt. 3, 4. Okay, passt. Können wir so lassen, denke ich. Das macht hier einen positiven Eindruck. Das heißt, die beiden werden dann auch so sein. Ach, jetzt muss ich irgendwo anders hinklicken. Und dann fährt trotzdem weiter. Ist aber auch egal. Wir haben jetzt hier die Kohle. 223. Mach den nochmal und ich mach das Verfolgen aus. Ja. Ist die Frage jetzt. Ob das hier immer schön im Plus bleibt, ne? Michael schrieb ja, dass es dann ab und zu mal leer läuft. Vielleicht müssen wir noch einen Zug mehr reinbringen. Oder war das schon der dritte Zug, der das macht? Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss.